ARD Text im Auftrag von Funk Von dem habe ich diesen ganz witzigen Spruch und ja Leute erstmal ein paar Worte zum Gameplay bevor ich zum heutigen Thema komme einfach mal ein wenig darüber rede was ich so die letzten Tage gemacht habe zockermäßig warum ich so unabnormal viel Spaß hatte beim Zocken wie schon lange nicht mehr ohne Scheiß man Call of Duty macht einfach einen teilweise so aggressiv schon fast depressiv ich übertreibe jetzt nicht ohne Mist Alter manchmal hat man einfach so schlechte Laune wenn man irgendwie mal voll die Kack Gameplays erspielt oder ja total reinscheißt die ganze Zeit als ich bei Marcel war eine Woche lang da ist da auch die ganze neben mir ausgerastet da dachte ich mir auch schon Alter sind wir hier im Irrenhaus oder was also ich kann auf jeden Fall nicht behaupten von mir dass das Spiel gar keinen Einfluss auf mich hat manchmal rastet man einfach aus und implodiert innerlich schon fast ohne Mist Alter aber nun ja Leute auf jeden Fall Minugon seht ihr ein M8A1 Double Nuclear Gameplay das ganze hier spielt im Modus Multiteam Abschluss bestätigt auf Map Yemen hier kommt übrigens ganz coole Aiming Szene gleich 100er Prezi Alter so muss das sein ey ich hebe schon meine Hand so wie der Nico von Inscope21 wenn ich immer 100er Prezi sage Alter so muss das sein aber und ja das Gameplay ist eigentlich richtig kurz zum Anschauen so vom Aiming vom Movement und so ist zwar Multiteam jetzt nicht so der größte Skillermodus ihr wisst ja normalerweise lade ich ja immer die Herrschaft Solo Gameplays hoch aber hier habe ich zusammengespielt mit dem Pharo und mit dem Chaos Freak und jeder der Chaos Freak kennt Leute ohne Scheiß weiß dass er die richtig krasse Connection hat einfach 0er Pinkfasten dann Upload von 12 ein Download von 100 also 100.000er Leitung ich habe zwar auch eine 100.000er Leitung aber es gibt sage ich mal gute 100.000er Leitung und übelst krasse und KS Freak hat zum Beispiel eine übelst krasse sein Verteiler steckt quasi schon fast in seinem Arsch denn also der ist ohne Scheiß 3 Meter neben seinem Haus ich lüge euch jetzt hier nicht an Alter und wenn er Host ist Leute dann ist wirklich Schicht im Schacht End im Gelände und das war hier der Fall ich habe hier nämlich glaube ich von den 60 Kills die man eben braucht Minimum für eine Double Nuclear ungefähr 40 mal den Gegnern einen One Burst verpasst das war einfach zu heftig und übrigens der Kanal vom KS Freak ist ganz ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt Leute ohne Scheiß KS Freak und ich sind mit die besten YouTube Kollegen also Marcel und ich natürlich auch aber wir halten einfach von Anfang an auf YouTube schon zusammen wir kennen uns jetzt schon ewig also no homo auf jeden Fall KS und er macht auch mit die unterhaltsamsten Videos zur Zeit auf YouTube wie ich finde ich muss immer so lachen wenn ich mir seine Videos reinziehe wie er einfach behindert ist teilweise und so zur Seite schaut die ganze wenn er die Face Game Commentaries aufnimmt oder was er für komische Bewegungen macht seinen Movements sozusagen mit seiner Zunge einfach zu lustig Alter ich kriege da manchmal solche Lachflash aber nun ja Leute ich übrigens schon die brutal Medaille erreicht Alter so muss das sein auf jeden Fall und übrigens Leute kennt ihr gar nicht so die Seite von mir wenn ich auch so übelst am abspacken bin wie KS oder Marcel oder so ihr habt so ein bisschen mitbekommen beim letzten Video ähm also meine behinderte Seite sozusagen wenn ich übelst durchdrehe da wo wir ein paar Szenen für euch zusammengeschnitten haben am Ende des Videos zusammengeschnitten haben die ähm Sachen da wo Marcel ein Live Kommentar versucht hat aufzunehmen wie ich da einfach gelacht habe im Hintergrund wie mein Lacher da im Hintergrund einfach nur total am abspacken war wenn ihr sowas öfter sehen wollt Leute schreibt es mal in die Kommentare dann werde ich einfach in Zukunft einfach die Kommentarfunktion bei der Gartus Software laufen lassen und dann die besten Szenen sozusagen zusammenschneiden die behindertsten wo wir alle einfach übelst am abspacken sind der Skype Konfi ähm das könnte ich eigentlich auf jeden Fall mal hochladen für euch also schreibt es in die Kommentare würde mich auf jeden Fall interessieren hier die erste Nuklearschnung erreicht hier einen kleinen Cut Leute also wundert euch nicht und genau das war es dann dazu Leute was ich ansprechen wollte also ich komme jetzt auch mal direkt zum Thema und zwar Leute wollte ich heute darüber reden warum ich so abnormal viel Spaß hatte beim Zocken in den letzten Tagen ich bin ja echt so der typische Gameplay Bastard der immer nur auf Gameplays 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 geht Herrschaft die ganze Zeit spielt oder ab und zu halt Multiteam wie bei diesem Gameplay hier im Hintergrund und so die ganze Zeit nur an YouTube denkt wegen Gameplays 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 und sozusagen den Spaß gar nicht ähm ja an erster Stelle sozusagen setzt weil ohne Scheiß man Leute Call of Duty wenn man's wenn man sich das überlegt macht einem gar keinen Spaß mehr also mir zumindest aber in den letzten Tagen hatte ich einfach so übelst viel Fun mal wieder und es liegt daran Leute weil ich Liga gespielt habe und einfach gar nicht an Gameplays gedacht habe oder an YouTube einfach ganz geschillt mit KS mit Faro also die die den Livestream mitverfolgt haben ich glaube vorgestern oder vor vorgestern keine Ahnung ähm haben dann auch gesehen dass wir auch in Liga gespielt haben dass wir einfach so richtig viel Spaß hatten nicht abgefuckt wurden von irgendwelchen Nachjoinern oder so im Stream wir hatten so übelst viel Fun einfach und ich empfehle es euch auf jeden Fall Leute falls ihr irgendwie die Schnauze voll habt die ganze Zeit Public natürlich ist Liga auch Public ähm hier übrigens auch übelst geile Aiming Szene One Burst am Fließband Alter so muss das sein auf jeden Fall österreichische Qualitätsleitung Alter und wie gesagt dann schnappt euch einfach eure Kumpels und zockt in einem Dreier oder Vierer Team je nachdem ob ihr auf Solo Rang gehen wollt oder auf Team Rang wie auch immer und spielt einfach Liga Leute ich hatte wirklich lange nicht mehr so viel Spaß beim zocken ich habe dann gestern auch ein wenig mit dem Ballast gespielt also ich denke viele von euch werden ihn auch kennen ich habe die Montage von ihm hochgeladen es hat einfach abnormal viel Spaß gemacht und mit ihm werde ich wahrscheinlich auch bald eine Live Serie starten darauf könnte ich euch auf jeden Fall auch schon mal freuen und genau das war es dann was ich heute bei diesem Video erwähnen wollte Leute und genau das war so die kleine Botschaft von diesem Video vergesst nicht bei KStreak vorbeizuschauen sein Kanal ist oben in der Videobeschreibung verlinkt also Leute die Botschaft des heutigen Videos ist einfach falls ihr nicht mehr so Bock habt auf Herrschaft die ganze Zeit zu spielen Public ähm dann spielt einfach Public sozusagen Liga das macht übelst viel Fun die ganze Zeit auf Sieg zu schwitzen und genau das war es dann von diesem heutigen Video Leute ich hoffe euch hat das Gampel im Hintergrund gefallen ich hinterlege jetzt noch die restlichen Sekunden mit einem ganz coolen Beat der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt haut rein bis zum nächsten Mal und noch mal danke an KS dass du hier gehostet hast sonst wäre dieses Gampel wahrscheinlich nicht entstanden und ja ich würde mal sagen haut rein bis zum nächsten Mal Tschüssi bis zum nächsten Mal Untertitelung. BR 2018